so hallo liebe freunde des gepflegten wintersports heute melde ich mich aus dem schönen unterjoch bei strahlenden sonnenschein da drüben geht die sonne gerade hinter den hunden unter und genieße kurz das panorama denn in einem minuten werden wir hier diese kristi runterfahren und dann wird die sonne verschwunden sein und dann würde ich sagen wir gleich mal los kristi runterfahren und dann wird die 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 Bis zum nächsten Mal.